Willkommen zu meinem Montagsvortrag mit dem Titel In alte Kartons geschaut, das Potenzial archäologischer Sammlungen für die mesolithische Forschung in Südniedersachsen. Mit diesem Vortrag möchte ich gerne mein Dissertationsprojekt vorstellen, das sich mit dem Mesolithikum in Südniedersachsen befasst. Warum habe ich dieses Thema gewählt? Ich habe schon im Rahmen meiner Masterarbeit im Land Brandenburg in der Uckermark ein mesolithisches oder spätmesolithisches Gräberfeld aufgearbeitet und habe mich danach dazu entschieden, weiter im Mesolithikum zu forschen und bin dann auf die Recherche gegangen für ein Dissertationsthema und möchte aber eigentlich gerne mesolithische Forschung in Niedersachsen machen. Ich habe bei meiner Recherche einen Artikel gefunden, und zwar von Birgit Gehlen in den Archäologischen Anformationen 2003 mit dem Titel Dark Ages nach dem Ende der Eiszeit, warum wir mehr über die Mittelsteinzeit wissen wollen. Und da habe ich mich gefragt, ja warum denn? Was ist denn das Schöne eigentlich an der Mittelsteinzeit-Forschung? Das Mesolithikum wurde eigentlich lange Jahre lang immer so als Intermezzo zwischen dem Pallitikum und dem Neolithikum, also den späten Sammlerjäger-Fischer-Gemeinschaften hin zu sesshaften Bauernkulturen, immer so als eine Art Zwischenzeit gedeutet und eigentlich dadurch auch immer so ein bisschen ein eigenständiger Charakter abgesprochen, weil man immer gesagt hat, das ist ja so eine Zwischenzeit, aber dabei ist es eigentlich die Zeit der Transformation zwischen den späten Sammlerjäger-Fischer-Gemeinschaften und den ankommenden sesshaften Bauernkulturen. Und schließlich sprechen wir hier von einer Epoche, die 4.000 bis 5.000 Jahre andauert. Und das wirklich Besondere an dem Mesolithikum ist, dass mit dem Ende des Pallitikums, also mit dem Ende der Eiszeit und dem Einsetzen der heutigen Warmphase, also dem Holozenes, erstmalig möglich ist, wirklich alle Naturräume, die wir kennen, auch zu besiedeln. Ein leichtes Problem bei der Mesolithikumsforschung geht es damit, dass wir eigentlich nur sehr, sehr wenig ausgewertete Faunenreste haben und auch nur wenig absolute Datierungen, gerade für den Raum in Südniedersachsen. Und das ist vor allem damit zu erklären, dass wir sehr, sehr schwierige Erhaltungsbedingungen haben. Wenn man jetzt diese schönen Dinge wie Faunenreste und absolute Daten nicht hat, ja was macht man denn dann mit der Mesolithikumsforschung? Und die Antwort darauf sind Steinartefakte. Steinartefakte sind wirklich die Hauptquelle der Mesolithikumsforschung, gerade in Südniedersachsen und vor allem sind sie ein unerschöpfliches, fast unerschöpfliches Informationsmaterial. Was ist wichtig, wenn man mit Steinartefakten arbeitet? Bei der Aufnahme sollte man darauf achten, dass die Gesamtgröße des Inventars immer erfasst wird. Man sollte immer darauf achten, dass die verwendeten Grundformen zur Werkzeugherstellung, aber auch die Werkzeugtypen vollständig erfasst werden. Man sollte definitiv das Rohmaterial unterscheiden, sowie an ausgewählten Stücken, wenn möglich, Mikrogebrauchsspurenanalysen durchführen. Diese können Hinweise dazu geben auf Funktion und Handhabung der Objekte. Weitere Vorteile der Mesolithikumsforschung. Die Funde sind häufig und in fast allen Landschaften anzutreffen. Wie ich schon gesagt habe, mit dem Mesolithikum können wir erstmalig alle naturräumlichen Zonen, die wir kennen, auch besiedeln und damit auch in der Forschung fassen. Wir haben die Funde meist oberflächennah. Sie sind dadurch sehr gut auffüllbar, vor allem durch das systematische Absammeln von Feldern oder anderweitigen Ackerflächen. Dadurch, durch diese Feldbegehung, durch dieses Absammeln der Objekte, haben wir ein riesengroßes Quellenspektrum zur Verfügung. Was ist zu beachten bei dem Absammeln von Feldern, einer sogenannten Feldbegehung? Wichtig ist sorgfältiges, systematisches Absammeln. Optimal ist eine Einzelfundeinmessung über GPS-Handgeräte oder Apps. Da gibt es mittlerweile sehr, sehr gute Produkte. Wichtig dafür ist eben halt auch, dass wir mit diesen Feldbegehungen schaffen, Potenzial für regionale und überregionale Forschung zu generieren. Das heißt, wir können auch regionale Differenzierungen daraus erarbeiten. Weiterhin haben wir auch das Potenzial für Forschungsgrabungen. Ich gehe noch einmal zu Frau Gehlens Artikel zurück. Schließen einer Forschungslücke. Was ist nötig? Wir brauchen definitiv Aufbereitung von Sammlungen und Altgrabungen, Publikationen dieser Regionalstudien, wissenschaftliche Grabungs- und Großprojekte. Wir brauchen Datierungen, AMS-Daten von Altgrabungen, von neuen Grabungen. Also ab in die Archive suchen wir das organische Material, das vielleicht noch irgendwo da ist und lassen es datieren. Wir brauchen Bearbeitung von vorhandenen Faunenresten. Wir brauchen aber auch neue, systematische Begehungen von älteren Flächen, um diesen Forschungsstand dort zu aktualisieren. Birgit Gehlen hat hier mal in ihrem Artikel aus den archäologischen Informationen so ein Forschungsranking der Bundesländer gemacht. Und ich war doch sehr erfreut zu sehen, dass Niedersachsen schon 2003 zur absoluten Forschungsfront gehört. Wie ist es zu erklären? Wir haben vor allem hier im nördlichen Ost-Niedersachsen und im östlichen Zipfel Niedersachsens sowie im südlichen Zipfel Niedersachsens sowohl Aufsammlungen, Grabungen und Regionalstudien generiert. Wir haben hier noch einmal zu sehen die Fundstellenverteilung für ganz Niedersachsen, der mesolithischen Fundstellen. Und mit 2300 Stück finde ich das schon sehr beachtlich. Wir haben hier die Abris im Reinhäuser Wald und am Bettenroder Berg, die damals durch Klaus Grote erforscht sind. Aber wir sehen auch, dass eine ganz, ganz große Vielzahl an Fundstellen sich über die Ausläufe der Mittelgebirgszone bis ins Tiefland perlenartig nach oben hindurchzieht. Wie eben schon bei dem Forschungsranking von Frau Gehlen gesehen, hier wieder der große Punkt mit den Studien im östlichen Nord-Niedersachsen-Landkreise, Rotenburg, nördlicher Landkreis Verden und hier die bei Frau Gehlen zu sehende östlichen Punkt mit den Forschungen im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Da kommen wir auch schon zum nächsten. Wir haben eben halt, wie eben schon gesagt, hier dieser Punkt ist die Regionalstudie von Klaus Brest, der lange Jahre lang immer wieder in der Jezelniederung mesolithische Fundstellen ausgewertet hat und dort eigentlich ein ziemlich hohes Potenzial für die regionalen Forschungen im Kreis Lüchow-Dannenberg gesetzt hat. Gehen wir in den Zipfel hier, das sind die Regionalstudien und Forschungsgrabungen von Klaus Gerken, der in unendlich vielen Forschungsgrabungen, Aufsammlungen und Auswertungen von Archivmaterial unter anderem diese tolle Monografie 2001 rausgebracht hat, aber auch viele andere kleine Publikationen, die auf seiner Website und bei Academia zu lesen sind und als ganz besonderer Fund natürlich der präboreal-zeitliche Grittuscheur, die Venus von Bierden. Eben nochmal zurück zu den Abrieforschungen hier im Rheinhäuser Wald. Klaus Grote, der seit 1979 systematisch diese Gegend dort erforscht hat und vor allem eben halt die Gebiete im Rheinhäuser Wald, Bettenroder Berg, aber auch Großschneen, Reifenhausen, dort systematisch die Abris prospektiert hat, insgesamt 1600 Stück und da auch wirklich 110 mit archäologisch führendem Material erfassen konnte. In der Regel haben die Abris mehrere Fundschichten und zwar reichen die zeitlich ungefähr vom Mittelparallidikum bis in die Latinzeit. Es kommen aber auch immer wieder mal eine neuzeitliche bzw. frühneuzeitliche Epoche hinzu. Es gibt aber auch neuere Forschungen, die bei Birgit Gehlen noch nicht so präsent waren. Wie auch diese Forschungen sind aus ungefähr dem Zeitraum 2015, also noch relativ jung. Da geht es um die Regionalforschung von Herrn Reimann vor allem, aber auch durch Herrn Bertholdt und Herrn Gerken. Herr Reimann begeht seit vielen Jahren systematisch die Fundplätze an der verlandeten Uferzone des Steinhuder Meers. Hier die rote Linie ist die alte Uferkante des Steinhuder Meers und dort sehen wir auch perlenschnurartig aufgereiht die mesolithischen Fundplätze. Er hat in den letzten Jahren über 50 Fundstellen neu entdeckt mit, ich würde sagen, bis heute sind es nicht mehr 3.750, sondern fast 5.000 Steinartefakte, die ausgewertet werden können. Herr Reimann war nicht ganz der allererste, sondern schon 1939 machte Lehrer Dannenberg dort erste Funde in den Meerbruchwiesen. Diese sind leider heute nicht mehr zugänglich, sondern verschollen, was sehr schade ist, aber es bleibt die Publikation von Herrn Dannenberg. Und Herr Dannenberg hat in seinem Material schon das zeitliche Spätrum des Spätpallitikums erfasst mit den Federmessergruppen, Rückenmesser, die klassischen Doppelkratzer und verschiedenste Stichel. Das Mesolithikum ist vor allem präsentiert durch gleichschenklige Dreiecksmikroliten, das Spätmesolithikum durch Trapeze, das Endmesolithium durch Pfeilschneiden und das Neolithikum durch Pfeilspitzen und Keramik. Also wir haben wirklich die komplette vom Spätpallitikum bis Neolithische Steinzeugt an diesem Fundplatz vertreten. Es gibt aber auch neuere Forschungen seit 2015 von Svea Mahlstedt. Svea Mahlstedt hat auch mit Oberflächenmaterial gearbeitet und zwar in vier Kernregionen im westlichen Niedersachsen und hat die in ihrer Dissertation publiziert mit wirklich schönen Ergebnissen. Und heute macht sie oder mittlerweile macht sie ganz tolle Forschung auch in diesem Gebiet Westniedersachsens zu Feuchtbodenfundplätzen des Mesolithikums. Schließen wir den Bogen noch einmal zu Frau Gehlen, schließen einer Forschungslücke. Es hat sich viel getan, aber wir sind noch lange nicht am Ende. Wir können die Karte erweitern hier durch den Punkt, wo Frau Mahlstedt ihre Forschung macht. Hier könnte man vielleicht noch einen Kleinsetzen für das Steinhuder Meer, aber hier, wo die magentafarbene Raute ist, ist noch eine große Lücke. Und diese Lücke möchte ich mit meiner Dissertation schließen. Wir bewegen uns hier in zwölf Landkreisen und drei kreisfallen Städten. Hier nochmal die Karte der mesolithischen Fundstellen dazugepackt. Also wirklich hier ist der Harz, die Mittelgebirgsausläufer über den Sollingen, die Ittils, Deister, Sündel bis in die niedersächsische Tiefebene zum Steinhuder Meer. Zeitlich bewege ich mich in dem Rahmen von ca. 10.000, also das Spätpolitikum ca. 10.000 vor, bis ungefähr 5.500. Das ist so die Zeit im Süden mit dem Beginn der LBK und im Norden sind wir so bei 4.000 vor Christus mit dem Beginn der Trichterbecherkultur. Ich habe mir natürlich auch Fragestellungen für meine Dissertation überlegt und einerseits möchte ich gerne wissen, wie wurde die Landschaft und dessen Ressourcen in den verschiedenen zeitlichen Abschnitten des Mesolitikums überhaupt genutzt? Welche Veränderungen in der materiellen Kultur können zwischen der Mittelgebirgszone und der Tiefebene in den verschiedenen zeitlichen Abschnitten festgestellt werden? Welche Rolle spielt die Mittelgebirgszone beim Übergang vom Spätpolitikum zum Frühmesolitikum und vom Spätmesolitikum zum Neolitikum? Ich habe mich dann auch nochmal auf die Suche gemacht nach allen Fundplätzen in meinem Arbeitsgebiet und bin bei der Erstrecherche auf 501 Fundplatz gekommen. Mir ist da aber schon aufgefallen, dass es doch noch mehr gibt und noch ein bisschen mehr Potenzial da ist. Ich habe dann nochmal 15.000 Datensätze ausgewertet. Ohne die Region Hannover habe ich dann noch 43 weitere gefunden, so dass ich ohne die Region Hannover bei ungefähr 544 mesolitischen Fundstellen für mein Arbeitsgebiet bin. Ich habe mir auch den Publikationsstand angeschaut und wir haben natürlich hier durch Klaus Grote mit den tollen Abrie-Forschungen einen sehr guten Publikationsstand des Mesolitikums, auch für den Kreis Nordheim. Hat Klaus Grote und Ursula Werben viele tolle kleinere Artikel publiziert. Wir haben Christian Leiber, der hat für den Kreis Holzminden auch eine schöne siedlungsanalytische Forschung gemacht, allerdings nicht nur für das Mesolitikum, sondern wirklich über mehrere Epochen hinweg. Frau Schwarz-Mackensen hat auch Studien zum Parolitikum, zum Mesolitikum gemacht, aber vor allem hier oben auch der Bereich Braunschweig und bis in den Landkreis Gifhorn hinein. Ansonsten haben wir häufig eher Fundstellenkataloge, die aufgestellt worden sind und eher nur kleinere Artikel, beispielsweise in der Fundchronik oder in anderen Regionalier, aber es gibt für das restliche Gebiet keine wirklich zusammenfassende, intensive Materialauswertung. Das möchte ich mit meiner Arbeit ändern und habe erst mal angefangen, mich mit den Fundstellen im Solling zu beschäftigen, um genauer zu sein, erst mal in dem Landkreis Nordheim, was ich heute beispielhaft vorstellen möchte. Und im Landkreis Nordheim gibt es eben halt verschiedene Sammlungen, einmal durch Herrn Leiwecke, die Sammlung von Herrn Dr. Bredenschei und die Sammlung von Herrn Grabenhorst. Exemplarisch möchte ich heute kurz die Sammlung von Herrn Leiwecke vorstellen. Und Herr Leiwecke begeht seit Jahrzehnten Fundstellen in Sivershausen, in Dassel und in Hilvershausen. Insgesamt hat Herr Leiwecke 31 Fundstellen in seinem Leben systematisch begangen und das gesamte Fundsprechgrund dieser Sammlung beläuft sich auf circa 8000 Funde. Hier einmal das Beispiel des Fundplatzes Dassel 16. Dassel 16 liegt oberhalb eines kleinen Stallhangels im Ilmetall. Und nicht nur ich war die Erste, die an diesem Fundplatz geforscht hat, auch schon Ursula Werben hat 1988 immer wieder kleine Artikelaufsätze über die Fundstellen von Herrn Leiwecke geschrieben, unter anderem auch aus Dach Dassel 16. Sie beschreibt das Inventar vor allem eben halt aus Mikroliten, vorwiegend einfache Spitzen und Dreiecke, aber auch Segmentmikrolite. Sie erwähnt die vielfältigen Kratzerformen, die kleinen Kerne, die Kern- und Scheibenbeile, also die Großgeräte. Sie differenziert ganz wunderbar das Rohmaterial und sie gibt die Inventargröße 1988 mit 2500 Artefakten an. Die Inventargröße 2023 beläuft sich bis jetzt auf 2810 Artefakte. Ich habe mir diesen Fundplatz noch mal ein bisschen näher zur Brust genommen als Frau Werben. Modernste Technik macht das möglich. Wir haben auch hier die Auswertung des Rohmaterials, was Frau Werben ja eigentlich schon gemacht hat. Und auch hier kann ich genau wie Sie sagen, 90 Prozent der Artefakte sind aus nordischem Feuerstein gemacht. Die zweite Kategorie ist Kieselschiefer und Quazit, wobei Kieselschiefer unter 10 Prozent liegt und Quazit gerade mal mit einem Prozent vertreten ist, also wirklich den geringsten Teil des Rohmaterials einnimmt. Ich habe mir zusätzlich nicht nur die Werkzeuge angeschaut, sondern auch die Abfälle, die mit dem Herstellen dieser Werkzeuge entstehen. Und die meisten Werkzeugabfälle haben wir wirklich in Form von Stichellamellen, Kerbbruchresten und Kerbschlagresten. Guckt man sich die Kerne noch mal ein bisschen differenzierter an, haben wir vor allem Lamellenkerne, die vorherrschen, neben Klingenkernen. Und diese Kerne haben in der Regel mit 61 Prozent auch immer nur eine Schlagfläche. Der zweite Teil ist also mit zwei Schlagflächen bidirektional gefertigt. Gucken wir uns die Werkzeuge ein kleines bisschen genauer an, sehen wir, dass die Grundformen, aus denen die Werkzeuge hergestellt sind, in der Regel aus Klingen hergestellt werden und gefolgt von Abschlägen. Bei den verwendeten Werkzeugklassen haben wir vor allem die Kratzer und die Klingen, wobei die Klingen selten intentionell retuschiert sind. Wir haben mit 94 Prozent in der Regel Gebrauchsretuschen an den Klingen. Bei den Werkzeugkombinationen haben wir am meisten Doppelkratzer und Stichel mit Kantenretusche und die Großgeräte sind hauptsächlich Scheibenbeile, nur wenige Kernbeile. Gucken wir nochmal ein bisschen genauer hin, wenn man die Stichel, die vorhanden sind, noch weiter differenziert, haben wir in erster Linie die Form des Kantenstichels. Bei den Mikroliten haben wir in der Regel immer die partiell retuschierten, einfachen Spitzen. Als größte Kategorie, die zweitgrößte Kategorie ist die durchgehend retuschierte, einfache Spitze. Die Bohrer sind nicht weiter spektakulär, die halten sich die Waage. Wir haben Feinbohrer, wir haben Langbohrer, wenn welche da sind. Insgesamt gibt es leider nur vier. Die Kratzerformen, größte Kategorie des Fundplatzes, haben wir wirklich die meisten, sind Abschlagskratzer und zwar Abschlagskratzer an vollständig erhaltener Grundform, gefolgt von den Halbrundkratzern. Wir haben aber auch immer wieder Kerbklingen und Retuschöre in den Inventaren. Wenn man sich jetzt nochmal das Längen-Breiten-Verhältnis zwischen Kernen und Klingen anschaut, dann fällt auf, dass die Längen der Klingen bei 38 mm, also 3,8 cm, das ist wirklich nicht viel, und auch die Länge der Kerne liegt ungefähr bei 28 mm, also 2,8 cm, die sind wirklich klein. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass wir es hier vor allem mit einem sehr lokal angewendeten Rohmaterial zu tun haben. Wie würde man jetzt den Fundplatz Dassel 16 datieren? Wir haben das klassische Frühmesolithikum mit den partiell retuschierten einfachen Spitzen, wir haben schmale Dreieckspitzen und einfache Spitzen mit durchgehender Retusche. Wir haben das Spätmesolithikum nur in Form von Großgeräten, also in Form von Kern- und Scheibenbeilen. Wenn man sich jetzt noch ein paar weitere Fundplätze von Herrn Leibecker anschaut, sehen wir hier auch wieder das klassische Spektrum des Frühmesolithikums. Es gibt nur einen Hinweis auf das Spätmesolithikum in Form eines Trapezfragmentes. Dann haben wir auch auf dem Fundplatz Sivershausen das gleiche frühmesolithische Spektrum, auch wieder auf jedem Fundplatz diese verschiedenen Kratzer- und Stichelformen. Auf Sivershausen 17 haben wir auch immer wieder sehr schöne Retuscheure. Und wenn wir jetzt einmal vom Nordheimer Solling 20 Kilometer durchs Tal in den Kreis Holzminden springen, das auch noch zum Solling gehört, sehen wir auch dort das klassische frühmesolithische Mikroliten-Spektrum. Allerdings haben wir hier auch einen Hinweis auf Spätmesolithikum und einen Hinweis auf das Endmesolithikum, einmal mit einem langen, schmalen Trapez und einmal mit einer Pfeilschneide. Daraus könnte man erste Thesen für das Mesolithikum im Solling schließen. Wir haben vorwiegend Frühmesolithikum und nur wenige Hinweise auf ein Spätmesolithikum, häufig eher in der Präsenz von Großgeräten. Wir haben beim Rohmaterial vorwiegend den nordischen Silex. Kieselschiefer und Quazit bleiben immer unter 10%. Wir wissen durch den Vergleich der Größen, der Klingen und der Kerne, also den Längen-Breiten-Index, können wir darauf schließen, dass wir hier doch eine eher dürftige lokale Rohmaterialqualität und Quelle haben. Das so als erste These. Und wir wissen von den Fundplätzen, dass sie, wie Dassel 16, zum Teil auch im Paralitikum, Mittelparalitikum schon beginnen und meistens bis ins Neolitikum reichen. Das zur Zeitspanne. Wie geht es weiter mit meiner Dissertation? Ich möchte in diesem Jahr einen Großteil der Fundstellen, die Herr Reimann systematisch begangen hat, auswerten am Steinhuder Meer und damit Potenzial für künftige Forschungen dort schaffen. Weiterhin möchte ich die Sammlung Bredenschei fertig auswerten, wo mit Sicherheit auch einige tausend Steinartefakte zu finden sind, die noch ein besseres Bild für das Mesolithikum in dem Landkreis Nordheim und für die Ausläufer der Mittelgebirgszone geben werden. Weiterhin möchte ich dann in den Landkreis Nienburg nochmal gewechselt die Grabung Erichshagen 91 auswechseln. Die ist 2018 durch Klaus Gerken in Verbindung mit der Erschließung eines Neubaugebietes ausgegraben worden. Und das ist wirklich ein ganz toller Fundplatz. Wir haben auch natürlich das klassische Mikrolytenspektrum des Frühmesolitikums. Wir haben aber auch Stichel und Hinweise auf Arnsburger Kultur, Longblade. Wir wissen aber auch, dass wir dort Haselnuss und Eichelnuss Röstgruben haben, die C14 beprobt sind und beprobt werden können. Wir haben unterschiedliche, auch mesolithische Feuerstellen dort, Steinartefaktstreuungen. Diese müssten noch differenziert ausgewertet werden und das werde ich in diesem Jahr vornehmen. Weiterhin mir angucken möchte ich eine Altgrabung auch aus dem Landkreis Nienburg und zwar den Fundplatz Stöckse 6. Diese Fundstelle ist doch sehr spannend, weil wir haben dort in erster Linie diesen Riesenfindling, den sogenannten Giebichenstein, ein Relikt der Saale-Eiszeit. Daneben findet sich ein Großsteingrab der Trichterbecherkultur. Und wenn man hier in den Wald reingeht, dann findet man noch ein riesengroßes Hügelgräberfeld der Bronzezeit. Aber um diesen Giebichenstein rum, das ist nämlich das Spannende, ist nämlich eine Federmesserzeitliche Freilandstation. Und diese hat Novotnik schon 1967 bis 1968 ausgegraben und auch publiziert in den neuen Ausgrabungsforschungen Niedersachsen 1970. Und dabei fand er 700 Flint-Artefakte, wobei der Werkzeuganteil nur 1,5 Prozent betragen soll. Und das ist auch wieder das klassische spätparalytische Inventar, geknickte Rückenspitzen, Kerbspitzen, Stichel, Kratzer. Spannend auch ist, dass Novotnik in seiner Grabung hier immer wieder verschiedene Zeltplätze lokalisiert hat. Und diese Grabung möchte ich noch einmal unter moderneren Gesichtspunkten auswerten. Jetzt ein kleiner Werbeblock. Ich möchte werben für Workshops beim Freundeskreis Archäologie Niedersachsen, genannt FAN. Herr Reimann und ich geben dort zwei bis dreimal im Jahr immer wieder Workshops zu den Themen Einführung in die Feldbegehung, Erkennen und Bestimmen von Silex und Keramik und Umgang mit Fundmaterial. Wenn Sie Interesse an Feldbegehungen haben oder an der Archäologie etwas mitzuarbeiten, melden Sie sich an unter dieser E-Mail-Adresse, denn eine richtig gute Feldbegehung ist unendlich wichtig für die Forschung. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich gerne. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch Danke für die Aufmerksamkeit zu sagen.